So, wir sind das erste Mal in der allerletzten Reihe bei Iberia. Und dann freuen wir uns jetzt auf einen schönen, ruhigen, pünktlichen Flug. Guck mal, da stehen ganz viele in der Warteschleife. Siehst du? Ja ja! Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, da werden wir uns wohl jetzt anstellen. Dann ist München vor uns. Ich befürchte, dass es ausgeschlossenes Geld ist. Ja, da hast du schon recht, aber es ist ein teurer Versuch. Ja, das 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 ist ein teurer Versuch.